Ihr zockt zackt und rumpelt mit der Community. Ich mach euch alle fertig. Huch, ah, verdammt. Herzlich willkommen bei Xonotic. Wir spielen heute Domination. Wir müssen Kontrollpunkte einnehmen und, äh, ich weiß gar nicht in welchem Team ich bin. Ich bin in noch gar keinem Team. Ähm, achso, ich bin hier gerade. Ich denk mir gerade. Ich geh mal, äh, zu. Rot bin ich gegangen. Kommst du mit? Ich geh ja. Okay. Hier im Kanal ist natürlich wieder wie immer der Medai. Der hier mit mir, mit, mit uns gerade hier jetzt für das rote Team die, die Punkte holt. Hoffentlich. Zack. Und ich bin weg. Aber das wird ein spannendes Match. Wir haben echt viele Leute hier auf dem Server heute. Uh. Oder? Kann man so sagen. Einige. Einige. Da geht einiges. Da wollte sich gerade einer unseren Kontrollpunkt holen. Das hab ich mal verhindert. Ich muss erstmal rauskriegen, wo genau die alle sind. Oh, ich bin gerade mit meinem Teilchen, mit meinem Restleichenteil noch in so einen Punkt reingefallen. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben 60 Prozent. 80 Prozent. Äh, jetzt leider nicht mehr. Da. Rot, rot, rot. Alle Kontrollpunkte müssen rot. Die werden dir ja angezeigt übrigens, ne? Boah. Ich sterb hier so oft. Wir spielen natürlich diesen Modus gerade auch noch mit Insta. Gibt dazu. Zusätzlich. Was das Ganze natürlich extrem schnell macht. So, jetzt hab ich mal wieder einen Punkt geholt. Aber hier ist alles voller blauer Typen. Kann man nicht... Da kannst du nicht viel machen. Nee, kannst du nicht. Aber es geht hier richtig ab. Oh, warte. Ah, ich hab noch einen, äh... Schalter umgelegt hier. 80 Prozent haben wir. 40 Prozent. Zack, wieder einer weg. Und der Brownie DD ist auch weg. Und wir haben hier... Oh nein! Da kamen zwei. Schön flankiert. Ähm, mit der, ähm, Zeit irgendwie abgerechnet? Je länger... Ähm, ja. Du siehst, wie unser Logo vollläuft, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ah, ja. Nee, 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 nee. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Das ist nur, wie viele Leute wir im Endeffekt... Ähm, also wie viele Kontrollpunkte wir gerade haben. Wir haben jetzt gleich 100 Prozent gehabt. Ganz kurz hatten wir 100 Prozent. Aber man ist ja tatsächlich an einem Kontrollpunkt. Da wird ja echt so erbittert gekämpft. Da kann man fast nicht weggehen. Hier wird nichts geschenkt. Das ist mal klar. Hier wird einem nichts geschenkt. Vom blauen Team auf gar keinen Fall. Aber hier hat Glorreich einen Punkt, äh, halb gehalten. Bleibst du wohl hier! Stirbst du wohl! Ja! Ich glaube, das war's schon wieder. Ich würde fast sagen, wir machen dieses Ding einfach nochmal. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Mach das mal. Wir müssen kurz warten, bis das wieder geladen ist. So, wir spielen die gleiche Map nochmal. So, und wir gehen wieder ins rote Team, oder was? Oder sollen wir mal ins blaue Team diesmal gehen? Ja, lass mal blau machen. Blau. Wir haben die gleiche Map nochmal. So, und zack, es geht los. Diesmal muss blau gewinnen. Zack! Es ist gar nicht so einfach, sich jetzt umzustellen. Ich will gerade auf die blauen Leute schießen. Ja, verrückt. Das ist verrückt. Anstrengend. Das ist, äh, wie nennt man das? Nein! Ähm, das macht mir einen Knoten ins Hirn. Ja! Und die roten verschonen ich. Ja, doch nicht. Ich habe gerade, äh, wieder so ein paar Punkte eingenommen hier. Der Killer habe ich weggemacht. So, und hier, du kommst auch weg. Dante, alle sind verwirrt anscheinend. Oh, da ist schon wieder alles rot. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich kämpfe auch echt wieder nur um einen Punkt. Ach so, warte mal auf. Ist aber auch okay, solange du bei dem Punkt bleibst und den auch hältst. Ja, ja. Boah, hier sind so viele Rote. Kommt mir das nur so vor oder haben die eine massive Überzahl? Ne, stimmt gar nicht. Wer hat aber auch immer da gespawnt. Ne, jetzt nicht. Mist. Nice. So. Ich fühle mich da irgendwie verantwortlich mittlerweile schon. Nein, hier sind so viele Rote. Dummies. Hier oben im großen Saal, den haben wir offenbar. Ja, nicht lange. Ja, jetzt schon nicht mehr. Jetzt bin ich gerade drüber gelaufen, aber jetzt bin ich irgendwo runtergefallen und ich habe die Orientierung vollkommen verloren. Mann, äh. Ach so, der gehört uns schon. Also, mir gefällt der an diesem Domination-Ding und an Insta-Geb. Ich meine, schneller geht es eigentlich nicht mehr. Ein schnelleres Game musst du nicht mehr machen, nur noch Deathmatch, glaube ich. Das, das. Oh, und man darf auch nicht vergessen, übrigens, dass man hier ja natürlich, ähm, oh nein. Ich komme nicht mal mehr dazu, Sätze zu Ende zu reden, gerade. Das sieht nicht gut aus. Doch, 60%. Oh, der Omni-One. Immer wenn ich ihn sehe, möchte ich ihn abknallen. Eine innige Freundschaft inzwischen. Nein. Mit den Leuten ins Gericht hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hole einen Punkt für uns. Ja. Der Michi XXX steht da und tut nichts. Type-Fragged. Ah, das gibt es ja nicht. Man kann, also, tut mir leid, aber bei so einem schnellen Spiel, da kannst du nicht type-typen währenddessen. Dann musst du gefragged werden. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch nicht mehr. Äh. Ah. Rot hat gewonnen. Das waren wir. Rot hat gewonnen. Sehr gut. Komm, wir machen jetzt noch ein zusätzliches. Wir waren blau. Wir waren blau. Oh, verdammt. Ah. Ah, das war nichts. Na gut, dann spielen wir hier nochmal weiter. Wir gehen ins, äh, ich gehe mal ins, äh, ich bin ins pinke Team gegangen. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Ah, dann geht's los. Hier, äh, direkt ein Kontrollpunkt eingenommen für das pinke Team. Wir sind, äh, the Pink Force. Du bist gelb? Ich bin gelb. Oh, ich schieße auf die gelben Leute. Das ist mir egal. Ich bin, äh, hektisch. Du machst jetzt einfach, also du bist auf Berserker-Mode, oder was? Im Berserker-Modus. Genau. Ah, aber bevor ich weiter wahrlos kille, mache ich mir noch ein paar, äh, Punkte schön. Ich meine, wir haben zwar die, die schwulste Farbe irgendwie, aber dafür haben wir das coolste Symbol. Wir haben nämlich eine kleine Bombe als Symbol. Oh. Huch, da war doch ein roter. Also, äh, Unterschied von dieser Map zu den anderen Maps. Wir sind hier mit vier Teams unterwegs, anstatt mit zweien. Denn die Map ist groß. Und der Jogi, der will mich bestimmt gleich wegmachen. Aber hat er nicht geschafft. Der Michi XXX ist auch weg. Und wir haben einen Kontrollpunkt eingenommen. Sehr gut. Ich auch. Ich auch. Für gelb. Ja, du bist gelb. Für gelb. Ich bin gelb. Habe ich das nicht gesagt? Doch, hast du gesagt. Ich habe es auch schon gesagt. Und ich finde es gar nicht so gut, dass du jetzt ein anderes Team bist. Warum? So, zack. Nochmal. Ein bisschen traurig. Ein bisschen schon. Dammit. Dammit. Ist gar nicht so einfach, hier die Kontrollpunkte zu halten, muss ich sagen. Vor allem, weil man auch hier nicht so genau weiß, wo man hinläuft. Diese Map ist extrem groß. Oh, dammit. Oh, ich bin auf den Freigel sprungen. Der wieder hochfährt. Oh Mann, bleibt doch mal stehen. Der Limbo-Fan ist hier gerade weg. Oh, der Mad-Eye. Ich habe den Mad-Eye gesehen und der hat mich weggemacht. Der war ganz dicht dran. Oh nein. Hier geht es viel zu schnell ab. Die Paupe ist auch wieder dabei. War die nicht gerade rausgegangen? Ah, dammit. Doch, wir haben ihn gekriegt. Wie sieht es eigentlich aus? Vor allem, wo kann man erkennen? 76. Wir führen gerade. Die Pinken führen. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Oh. Oh, 82. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Gut, ne? 82 klingt total viel. Aber wir sind nicht süß, die Gelben. Ne, hier lagts jetzt auch ganz schön bei mir. Aber, oh, die roten haben uns überholt. Die blauen haben uns überholt. Verdammt. Dammit. Das sieht nicht gut aus. Ich habe den Punkt gelb gemacht. Hier bleibe ich. Wo bleibst du? Naja, da in der Halle, wo der ganze Dreck rumliegt. Dammit. Jetzt ist hier wieder alles rot. Wieso sind denn hier so viele rote unterwegs? Ist ja gar nicht so lustig. Boah. Alter, geht das hier ab? 114 haben die. Oh, da ist ein blauer Punkt. Die Paupe. Kriege ich die noch? Nein, die kriegt mich. Verdammt. Oh, ich habe ihn einen Punkt geholt, glaube ich, oder? Aber der war schon wieder weg. Das geht so schnell hier, dass der Hammer ist. Ey, warte mal. Paupe ist bei mir. Ja, kann sein. Oh, das geht einfach zu schnell. Mela hat mich auch überholt inzwischen. Weil ich einfach nicht gut genug bin gerade. Oh, das ist bescheuert, ey. Ich möchte doch einfach nur mal einen Punkt kriegen. Vorsicht, liebe Freunde. Das ist gefährlich, was hier läuft. Wieso? Was meinst du? Ja, hier mit den ganzen Rumrennereien und so. Alter, wir sind richtig durchgereicht worden. Wir sind jetzt Dritter, die Pinken. Ihr müsst aber auch, äh, war gerade an eurem Punkt dran. Ach, dammit. Ja? Aber es, ja, geht nicht so richtig gut. Wie würde man denn hier so den Raum beschreiben, wo man gerade ist? Ähm, es gibt ja verschiedene Basen hier auch, ne? Davon darf man nicht vergessen. Ja, ich versuche jetzt mal unseren Kontrollpunkt zu halten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich mach das gerade irgendwie ganz gut. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Und den Lackfisch weg. Habe! Ich hätt's auch gerne, äh, als, äh, als Lernvideo hätt ich das gerne rausgegeben. Ich hab, ich schneid das ja leider nicht mit. Oh, das allerdings nicht. Ja, so kann's gehen. So geht das meistens bei diesen Live-Sachen. Die Blauen sind ganz weit vorne. Also weder du noch ich. Oh, die Blauen haben gewonnen. Und ihr seid die ganz Letzten. Also, ich bin immer noch besser als du. Und damit viel Spaß. Habt einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.